Herzlich willkommen bei Audi, hier im Lichtkanal in der technischen Entwicklung mit 120 Metern, der längste befahrbare Lichtkanal Europas. Wir haben hier für Sie zwei Weltpremieren dabei, zum einen den Q5 im neuen Design und zum anderen eine völlig neue Lichttechnologie, die digitale OLED-Technologie. Unser Projektverantwortlicher bei Audi, Werner Thomas, wird Ihnen jetzt die neuen Funktionen erklären, die neue Technologie erklären, aber auch die Unterschiede zur bisherigen Technologie. Meine Damen und Herren, Audi verfolgt seit Jahren das Ziel, das Licht zu digitalisieren. Wir haben deshalb seit Jahren an der sogenannten digitalen OLED-Technologie gearbeitet und wir freuen uns, diese Technologie als Primäre, als erster Hersteller in dem Q5 einzuführen. Im Zuge von der Digitalisierung wird die Lichtquelle selbst in eine größere Anzahl an Segmenten unterteilt. Diese Segmente sind einzeln ansteuerbar und stufenlos in ihrer Helligkeit dimmbar. Das Bauteil steht aufrecht in den Leuchten und das ermöglicht uns gemeinsam mit den Lichtdesignern hier verschiedene Lichtdesigns mit einer einzigen Hardware abzubilden. Die weiteren Vorteile der digitalen OLED-Technologie sind perfekter Kontrast, sehr hohe Homogenität und minimale Segmentabstände. Das heißt, der Kunde kann auf Wunsch den Q5 mit OLED-Heckleuchten ausstatten und hat hierbei die Wahl, aus drei spezifischen Signaturen eine Signatur auszuwählen. Dann ist es weiterhin so, dass er auch zu diesen Signaturen maßgeschneidert eine Coming Home und Leaving Home Animation bekommt. Abgerundet wird das Ganze durch das dynamische Blinklicht. Und dann bekommt er eigentlich noch eine weitere Signatur dazu. Wenn der Kunde bei sich im Audi Drive Select den Dynamik-Modus einschaltet, dann bekommt er diese sportliche Signatur noch on top dazu, die er sich dann eben im Fahrbetrieb noch aussuchen kann. Genau. Sicherheit ist für uns auch ein großes Thema. Das heißt, digitale OLED-Leuchten bekommen auch eine erweiterte Funktion, eine sogenannte Hintermannerkennung. Das heißt, wenn der Q5 im Straßenverkehr steht und es nähert sich ein anderer Verkehrsteilnehmer von hinten an und unterschreitet eine Distanz von zwei Metern, werden automatisch alle Segmente in der Leuchte aktiviert und auf volle Helligkeit hochgeregelt als sichtbare Flächenvergrößerung. Fährt dann der Q5 wieder los, wird auf die ursprüngliche Signatur zurückgeschaltet. Alles in allem ist die OLED-Technologie, die digitale OLED-Technologie, eine perfekte Möglichkeit, wie wir personalisierbares Lichtdesign kombiniert mit hoher Präzision und vielfältigen Signaturen gestalten können. Wir haben in der Zukunft noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Lassen Sie sich da mal überraschen, was da noch kommen wird. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018